Kontakt Osten zu unserem Meter Schiehst du aus dem Tal oder von der Straße? Tal Zeit, ob jetzt alles tot sein Wir müssen halt den Highspeed-Trill finden Und der ist irgendwo in Norden Noch minus eins Schüsse aus 120 Direkt hinter uns Wir müssen uns halt auch bewegen, die sind überall Steht los Ja Ja